Die Beat the World Competition in Detroit. Der erste Platz ist mit 100.000 Dollar dotiert. Dance-Crews aus der ganzen Welt. Wir werden die erste Crew, die Hip-Hop mit Free Run kombinieren. Stellen sich dem Kampf. Du weißt, dass Tanzen unser einziger Weg raus ist. Ich will das Ding gewinnen. Um Hoffnungen und Träume. Das ist dein Moment. Beat the World. Am 15. August um 18.45 Uhr bei KinoVelt.TV. Echte Filme.